Hi Ho und herzlich willkommen im neuen Jahr bei euch und herzlich willkommen im letzten vorproduzierten Video bei mir. Das waren jetzt insgesamt acht Videos, die ich vorproduziert habe und ich muss sagen, das machen wir nicht wieder. Nee, das ist überhaupt nicht leicht. Ich habe jetzt mir wirklich Mühe gegeben, acht Themen zu finden. Ich habe gar nichts vorbereitet gehabt. Ich habe die einfach spontan gerade so, wie sie aus mir rausgesprudelt sind, genommen. Und ja, das war jetzt nicht die einfachste Geschichte der Weltgeschichte, muss ich sagen. Aber es hat auch Spaß gemacht und zwar meine neue Erfahrung. Und ja, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, ich möchte mein Jahr vollstopfen mit neuen Erfahrungen. Mit neuen Erfahrungen, neuen Erlebnissen und ja, mit einem ganz neuen Ansatz mal zu denken. Und ich will nächstes Jahr auch mal, wenn ich auf die Nase fliege, ich will jetzt mehr aufstehen und wieder weiterlaufen. Ich möchte, ja, ich möchte, ich möchte größer, stärker Erwachsener werden. Das ist mein Vorsatz für dieses Jahr. Und wenn Mami mich darauf festnagelt, dann kriegt sie ganz doll Ärger und ich teile meine Bananen nicht mehr mit ihr. Ja, und auch nicht meine Kelloggs. Ja, ich möchte auf jeden Fall euch jetzt noch eine tolle Zeit wünschen. Also wenn ihr nur so ein bisschen seid, wie die meisten in unserem Umfeld, dann seid ihr jetzt wahrscheinlich immer noch verkatert. Die feiern irgendwie den Ersten, den Zweiten und ich jetzt warte mal, warte mal, warte mal, ähm, der Sonntag, der Montag war der 31. Der Dienstag der Erste. Der Dienstag der Erste. Der Mittwoch der Zweite. Dann haben wir heute Mittwoch, oder? Ja, aber das ist ja ein Freitagsvideo. Oh nein! Das ist die Folge von dem Vortrag. Das ist ja ein Freitagsvideo. Dann seid ihr ja gar nicht mehr verkatert. Dann ist auch die neue Runde, der gute Rutsch und voll weg. Das ist sogar schon beim letzten Video. Oh, das ist das, das ist das für eine V-Produktion. Oh, ist das peinlich. Ich zieh es trotzdem durch und lad diese Videos hoch. Ich mach es jetzt einfach, weil Irren ist menschlich und das ist eine neue Erfahrung. Seht ihr? So schnell kommt meine neue Erfahrung. Das war jetzt so viel ohne Mama. Na gut, ich beende dieses Video, bevor es noch peinlicher wird und noch irgendjemandem auffällt, dass ich total pinnepalle bin. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Dann wieder live und unverpeilet. Ich wünsche euch jetzt eine tolle, tolle Zeit. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ich habe gerade den Zeigefinger hochgehoben, obwohl ich winken wollte. Also jetzt fällt es eben langsam auf.